Musik 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 hey Die Gäste während des Fluges können jederzeit unerwartete Turbulenzen auftreten. Sie sind deshalb verpflichtet, sich anzuschneiden, sobald sie ihren Sitzplatz eingenommen haben. Dies gilt auch, wenn die Anschleizzeichen ausgescheitzt sind. Sollten Sie bemerken, dass ein elektronisches Gerät beschädigt ist, heiß wird oder Rauch entwickelt, melden Sie sich umgehend bei der Crew. Achten Sie außerdem beim Öffnen der Gepäckfächer darauf, dass keine Gegenstände herausfallen können. Dear Guests, Turbulenzen kann unerwartetlich an any time during the flight, and for this reason, you are required to fasten your seatbelt, whenever you are seated. This also applies, wenn the seatbelt signs are switched off. If you notice, that an electronic device is damaged over ease or amid smoke, it is important, that you contact a crew member immediately. If you open an overhead bin during the flight, please make sure, that items do not fall out. And the other person is going to be in the air. Ich dachte immer, dass ich Sankt nicht lege, also das wäre neben dir.